Hallo und herzlich willkommen zur Analyse des neuen Alpine A522, der uns gerade im Livestream vorgestellt wurde. Ja, der Livestream war wieder einer, der etwas länger ging, hatte dafür aber zum Ende hin auch noch eine kleine Überraschung zu bieten, auf die wir dann am Ende des Videos zu sprechen kommen. Wir gehen jetzt erstmal durch die technische Analyse des Fahrzeugs, was uns hier gezeigt wurde, und am Ende sprechen wir mal kurz noch über Deliveries, wie immer. Aber dazu muss gesagt sein, die technische Analyse machen wir jetzt anhand der Renderings, die vom Team auf Twitter gepostet wurden, weil bei dem richtigen Event wurde nur ein Showcar präsentiert, mal wieder. Was aber wohl den Grund hat, dass das echte Auto halt schon beim Pre-Season-Test in Barcelona ist und sie deswegen halt nur noch das Showcar hatten. Ja, also gehen wir durch die Renderings durch. Fangen wir auch direkt an, und zwar vorne am Frontflügel. Da haben wir mal wieder ein paar Besonderheiten, mal wieder eine ziemlich eigene Form. Fangen wir mal ganz vorne an mit dem Element, was hier wieder deutlich vor der Nase lang geht und auch tatsächlich nicht so hoch zu sein scheint, wie zum Beispiel bei Aston Martin, das der Fall ist. Das sieht man natürlich jetzt bei diesen Bildern aus einem erhöhten Winkel immer relativ schlecht, aber ich würde doch vermuten, dass es nicht so extrem ist. Ziemlich markant ist die Form des oberen Elements, die hier eine sehr starke Kurve nach oben macht und dann eine ziemlich gleichmäßig verlaufenden Winkel bis zur Nase bietet, was sich hier auch durch alle drei Elemente, die auf dem unteren sitzen, durchzieht. Außerdem kann man hier sagen, dass man nur sehr, sehr wenig Elemente auf dem Frontflügel hier nochmal sieht. Kaum große Verbindungsstücks, eigentlich nur hier und hier und die zwei kleinen, beziehungsweise an der Außenseite nochmal ein ganz klein bisschen was. Ja, auch hier unten, das untere Element auch nur ganz, ganz minimal verbunden, scheint es jedenfalls in Avengering. Kann natürlich sein, dass es in Echtern ein bisschen anders ist. Die Endplate ist soweit jetzt nichts Besonderes, die sieht relativ normal aus. Genauso wie die Nase da, ja, ist auch ein relativ durchschnittliches Konzept. Das haben wir jetzt bei anderen Teams auch schon relativ ähnlich gesehen, nichts groß erwähnenswert. Erwähnenswerter ist dann allerdings die Bremsbelüftung, weil, ja, man sie quasi gar nicht sieht. Also hier ist sie ganz minimal, ansonsten hat man hier unten nochmal zwei Luftleitbleche, die etwas markanter sind. Aber, ja, die großen Bremsbelüftungen, wie sie zum Beispiel auch bei Mercedes oder allgemein in den Vorjahren da waren, scheinen hier nicht der Fall zu sein. Dafür sieht es hier vorne wieder nach einer ganz normalen Pushwattaufhängung aus. Auf der Hinterachse ist es schwer zu erkennen, würde ich auf Pullwatt tendieren. Ganz sicher bin ich mir da allerdings nicht. Jetzt kommen wir aber in den Spanzen-Teil, in den Sidewatt- bzw. Body-Teil. Und, ja, fangen wir mal hier vorne an, was wir direkt von vorne sehen können. Das Offensichtlichste sind ja wieder die Einlässe der Seitenkästen hier, die, ja, doch sehr breit geraten sind, sehr, ja, geradlinig verlaufen, hier dann eine schöne Abrundung haben, also tatsächlich auch relativ groß sind, aber auch einen ziemlich großen Undercut hier drunter bieten können, also, dass die Luft auch flächenmäßig unterm Seitenkasteneinlass durchlaufen kann. Auf jeden Fall sehr interessant. Dafür haben wir aber alpin-typisch, wie im letzten Jahr auch, einen relativ großen Air-Intake bzw. Air-Box hier oben. Ein bisschen kleiner ist sie geworden, würde ich vermuten. Allerdings, ja, doch nochmal optisch zumindest ein Stück größer, als wir das bei vielen anderen Teams gesehen haben. Aber das war irgendwo auch zu erwarten, ja, weil das ja das Konzept, das Renault Motors, wie gesagt, schon im letzten Jahr war. Ansonsten kommen wir hier unten noch zu einem ganz interessanten Teil. Dazu gehen wir aber mal ein Bild weiter. Und zwar möchte ich, dass ihr mal hier auf diesen Bereich guckt. Das sieht sehr interessant aus. Man sieht es leider nicht wirklich gut. Ich habe versucht, da viel rumzuspielen und das große zu machen. Man kriegt es nicht so ganz raus, weil es halt auch komplett in diesem Hochland schwarz ist und dann eine Reflexion drauf schliegt. Das wird nicht ohne Grund passiert sein. Erst dachte ich, das ist eine Art extra Lufteinlass, wie man das bei Mercedes ja auch so ahnen konnte, dass hier unten nochmal so ein extra Venturi-Kanal quasi angebaut wurde, der dann sich hier am Seitenblech langzieht und hinten nochmal extra rauskommt. Dem scheint mir auf den zweiten Blick aber doch nicht ganz so zu sein. Das sieht fast aus, als ob die hier am Anfang des Unterbodens, ja, eine Art riesigen Flap, ein riesiges Luftleichtblech nochmal angebaut hätten. Auf jeden Fall sehr interessant. Das haben wir so, ja, soweit ich weiß, bei keinem anderen Team gesehen. Wie gesagt, das Einzige, was mir in den Sinn kam, wäre Mercedes, die sowas Ähnliches gebaut haben. Aber da sah es mir eher nach einem Kanal aus, als einfach, ja, wirklich so ein extra Blech. Ja, sehr interessant. Also da bin ich schon sehr gespannt, das in der Realität zu sehen, ob das wirklich dann so der Fall ist oder ob vielleicht hier beim Rendering sich ein bisschen ausgetobt wurde. Apropos ausgetobt, wir gehen weiter zu den Formen der Seitenkästen. Und da sehen wir, dass, wenn man es von der Seite betrachtet, der Seitenkasten nicht wirklich einen Undercut hat. Man hat halt hier vorne diesen krassen Undercut, der aber hier dann doch schon wieder verschwindet, weil da der Seitenkasten sich wirklich runtergezogen wird. Man hat hier also quasi so eine Art Kante. Dieser, ja, quasi Undercut-Tunnel, der da, oder Sidecut-Tunnel, der da erzeugt wurde, würde meiner Meinung nach auch wieder dafür sprechen, dass es hier ein Flap ist, der quasi diesen Tunneleffekt ein bisschen verstärkt. Ähm, ja, ansonsten sehen wir die Form des Seitenkastens. Geht hier doch sehr geradlinig runter. Also erinnert fast so ein bisschen an die Form von Frontflügel. Ähm, sehr, sehr geradlinig, dass hier auch nochmal so eine richtige Schattenlinie entsteht. Ähm, und dann natürlich das Markanteste, was sofort auffällt aus der, äh, Perspektive. Wir haben hier oben einige Kühlrippen, so ein bisschen angeordnet, wie man sie bei Aston Martin gesehen hat. Aber wir haben auch hier an der Seite nochmal Kühlrippen, wo diese extra Linie entsteht. Ähm, erinnert so ein ganz bisschen an das Ferrari-Konzept. Natürlich hat der Ferrari diese richtige Vertiefung, wo der Seitenkasten wieder hochgeht. Hier ist es halt die ganze Zeit abfallend. Aber doch sehr interessant, dass man hier zwei Reihen von Kiemen hat, auf beiden Seiten. Ähm, ja, sehr interessant. Könnte natürlich auch bedingt sein, durch optimale Anströmung an diesen unteren Flügel, ähm, am Heckflügel hier. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr interessant. Wieder mal ein neues Konzept. Ähm, wieder mal sehr interessante Seitenkästen. Auch wenn man das von der Seite nochmal betrachtet. Hier sieht man es auch schön, diese Linien. Ähm, ja, und was man auf dem Bild halt noch sieht, ist der Heckflügel. Und zwar, dass er anscheinend nur von einem Schwanenhalzträger getragen wird. Bei den meisten Teams wird er ja von zwei getragen. Hier ist es wieder ein Team, was alles in eins verbaut, inklusive dem DRS hier oben. Ansonsten, ja, sieht der Heckflügel relativ gewohnt aus. Auf den ersten Blick fand ich, es sah ein bisschen größer aus. Das war aber, glaube ich, eher, weil die Form vom Frontflügel doch recht gradlinig ist. Und dadurch sieht das Auto auch optisch so ein bisschen unausgewogen aus. Abgesehen davon, ähm, ja, kommen wir dann jetzt ja gleich dazu zur Lackierung. Ähm, sticht das natürlich, oder trägst das das Auge so ein bisschen aus mit dem Einflügelelement, was hier in blau gehalten wird. Dadurch sieht der Frontflügel extrem schmal aus. Ähm, was er aber eigentlich anscheinend gar nicht ist. Ja, kommen wir kurz zur Livery. Ähm, das BWT, der, ja, pinke Sponsor der Formel 1, jetzt zur Alpine gegangen ist. Das war ja schon klar. Und dass ein pinkes Auto folgen wird, das wusste man ja auch. Das war quasi ja ein offenes Geheimnis. Ähm, hier ist es nun. Wir gehen mal einmal in die Seitenansicht wieder. Ja, es ist ein Design, was polarisiert. Entweder man mag es oder man mag es nicht. Ähm, ganz objektiv betrachtet muss man einfach sagen, es ist eigentlich die Alpin-Lackierung vom letzten Jahr, inklusive der französischen Flagge hier oben. Die Sponsoren sind quasi alle gleich geblieben. Bis auf BWT natürlich jetzt. Ähm, und zur anderen Hälfte einfach dem Design der, ja, gerade der alten Racing Point-Designs. Äh, so, es ist so ein Mischmasch aus Alpin und Racing Point geworden. Ähm, ja, also man versteht es aus Sponsorsicht. Jeder wollte natürlich irgendwo seins machen. Alpin wollte die französische Flagge drauf haben. BWT garantiert was pink. Äh, auch der rote Mapfrey, oder ich hoffe, ich spreche es richtig aus, äh, Schriftzug hier oben. Ähm, mit dem, mit dem Rot. Ja, das ist fast der größte Kritikpunkt, weil das Rot halt überhaupt nicht reinpasst. Ja, diese Box da in Blau oder Pink würde es auch noch ein bisschen besser aussehen. Genauso wie viele sich an diesem Castrol, ähm, Logo hier oben mit dem Weiß stören. Kann ich auch irgendwo verstehen. Es sieht halt sehr, sehr bunt aus, wenn man es so sieht. Ähm, es ist ein bisschen zusammengewürfelt. Letztendlich ist es Geschmackssache. Ob es euch gefällt, ähm, ja, ich finde es nicht grauenvoll. Es könnte durchaus schlimmer sein. Ich finde es aber auch jetzt nicht sonderlich schön. Ähm, eine Sache haben wir aber noch. Das war die Überraschung des Livestreams zum Ende hin. Und zwar gibt es für den Saisonauftakt, für zumindest mal die ersten zwei Rennen wohl, eventuell auch noch spätere Einsätze, eine Speziallackierung, beziehungsweise Speziallivery. Äh, und zwar diese hier, ähm, und ja, gut. Da braucht man nicht wirklich viel zu sagen. Es ist exakt dieselbe Livery, nur mit mehr Pink, ähm, beziehungsweise dass bei der Airbox jetzt ein blauer Streifen drum ist, äh, genauso wie an den Seitenkästen, anstatt da diese pinken Inlets, ähm, genauso wie die Nummern umgedreht sind. Also es ist entweder die Farbe getauscht oder halt komplett Pink. Ähm, obwohl ich sagen muss. Das Auto sieht so fast auf jeden Fall harmonischer aus. Also das ist größtenteils einfarbiger Auto so. Ja, ich weiß nicht, ob ich es wirklich schöner finde, aber harmonischer auf jeden Fall. Ähm, ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Variante ihr besser findet und was eure Meinungen generell zum Auto sind. Ähm, ja, Delivery ist ja immer geschmackssachbar, aber gerade technisch ist es doch recht interessant, was uns hier heute gezeigt wurde. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao. Outro 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 Bis zum nächsten Mal.